Horrorbilanz der fünchwöchigen Grenzkontrollen zu EM. Seit heute nach 0 Uhr sind sie vorbei oder doch nicht. Frau Faeser hat schon wieder was für Frankreich angekündigt. Ich erkläre dir heute, wo, wann, wie jetzt kontrolliert wird und wo nicht kontrolliert wird und was wir in diesen fünf Wochen aus dem Bundesgebiet an unserer Grenze so rausgefischt haben. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe heute die Zahlen hier. Ein Sprecher der Bundespolizei war in einem Podcast von NDR. Dort hat er mal vom Leder gezogen, was jetzt alles so erwischt wurde und wo es erwischt wurde und was jetzt für Grenzkontrollen gelten oder nicht mehr gelten. Die anlassbezogenen Grenzkontrollen an allen deutschen Binnengrenzen wegen der EM, die sind vorbei seit heute Nacht 0 Uhr. Es gibt jetzt noch stationäre Grenzkontrollen zu Polen, zu Tschechien und der Schweiz bis Mitte Dezember, zu Österreich bis Mitte November und ab morgen gibt es Grenzkontrollen zu Frankreich bis zum 20. September wegen den Olympischen Spielen und so weiter. Der Witz an der Sache ist, wir kontrollieren die Grenze zu Frankreich, aber nicht die Grenze zu Luxemburg, zu Belgien, den Niederlanden oder Dänemark. Das sind die vier Länder, für die die Notifizierung bei der EU seit heute Nacht 0 Uhr nicht mehr gegeben ist und die auch gar nicht beantragt worden ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, die Länder, das wird schon gar nicht so schlimm sein. Ich zeige euch jetzt die Zahlen, was die Bundespolizei alles rausgefischt hat und sie sagen auch, wo sie das rausgefischt haben. Das ist wirklich spannend. Fünf Wochen temporäre Grenzkontrollen und ihr müsst wissen, es wurde weit nicht alles kontrolliert. Es wurde aber überall ein bisschen kontrolliert und dabei haben wir 8.300 unerlaubte Einreisen festgestellt. Davon gab es 70% Zurückweisungen. 230 Schleuser wurden auf frischer Tat bei ihrem Menschenhandel, muss man ja leider sagen, erwischt. 1.100 Haftbefehle wurden an den deutschen Grenzen vollstreckt. Es gab insgesamt 1.900 Fahndungstreffer. Ein Drittel dieser Feststellungen sind an den Westgrenzen festgestellt worden. Da zählt jetzt Frankreich mit dazu. Allerdings ist das schon heftig. Denn es gibt nicht nur unerlaubte Einreisen an der Westgrenze, es gibt auch schweren grenzüberschreitenden Kriminalitätsverkehr. Das hat die Bundespolizei festgestellt und auch so im Interview bestätigt. Jetzt ist die Rechtsgrundlage weggefallen zu den Benelux-Ländern und zu Dänemark und jetzt können wir dort nicht mehr kontrollieren. Es ist wirklich, es ist nicht erlaubt. Und das Schlimme ist, diese Notifizierung bei der Europäischen Kommission, das ist keine Genehmigung, sondern eine Notifizierung. Frau Faeser ruft da an und sagt, wir machen das aus dem und dem Grund und Feierabend. Die können quasi gar nicht Nein sagen. Es ist nur im Schengener Grenzkodex, dem wir unterliegen, ist es so vereinbart, dass wenn ein Mitgliedstaat diese Grenzkontrollen dann macht, dass sie zeitlich befristet sind und dass sie begründet sind und dann kann man das machen. Die Bundespolizei, sie will auch keinen Rückstau an der Grenze, weit nicht alle kontrollieren. Sie möchte aber weiterhin das Rechtsmittel behalten. Das ist ihr wichtig, dass sie es machen können. Und politisch gesehen kann man ja die Rechtsmittel behalten, die Intensität dieser Kontrollen zurückfahren, so haben sie es ausgedrückt. Und wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen, dass wir quasi diesen ganzen Kriminalitätstourismus nicht mehr haben, dann könnte man das jederzeit beenden, einfach so. Die Notifizierung kann rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr gekündigt werden. Ihr wisst, was unsere beste Innenministerin aller Zeiten gemacht hat. Sie hat lieber ein Presseblatt verbieten lassen. Schauen wir mal, wie das am Ende ausgeht. Aber für die Sicherheit an den Grenzen hier hört sie auch der Bundespolizei nicht zu, die um Hilfe ruft, denn sie wollen nicht nur diese Kontrollen, sie wollen auch bessere Ausstattung, mehr Haushaltsmittel. Es soll nicht mehr gespart werden an der Sicherheit. Sie wollen nämlich ihre Kontrollen bei weniger Personaleinsatz mit gleicher Qualität beibehalten. Dafür wollen sie technische Hilfsmittel. Bin ich mal gespannt. Ich habe noch keinen Anforderungskatalog gesehen, was man da kaufen soll. Aber ich habe die Zahlen jetzt mal aufs Jahr hochgerechnet. Wir haben fünf Wochen kontrolliert und weit nicht alles. Drei von 20 Grenzübergängen, müsst ihr euch vorstellen, sind ungefähr kontrolliert worden. Die ganzen kleinen Landstraßen sowieso nicht. Wenn wir das jetzt auf ein ganzes Jahr hochrechnen, so wie es die Union fordert, dann kommen wir auf 86.000 unerlaubte Einreisen. 70% davon würden zurückgewiesen werden, sind 60.000 Leute. Bleiben 26.000, die über die Grenze treten. 2.392 Schleuser würde man an der Grenze damit verhindern. Das ist eine Menge, das sind 2.400 Leute. Und 11.440 Haftbefehle würde man damit vollstrecken können. Und 19.760 Fahndungstreffer damit landen. Aber vorausgesetzt, die Zahlen von fünf Wochen würden gleichbleibend sein für ein ganzes Jahr. Wenn man, wie die Polizei sagt, eine Reduzierung der Zahlen feststellen würde, könnte man das Ganze auch irgendwann beenden. Aber wir sind das Irrenhaus in Europa und vor allem, wir sind offen für Kriminalität. Geldwäsche ist in diesem Land eines der größten Probleme. Und sie wollen darüber nicht ehrlich sprechen. Stattdessen kriegen wir die AMLA nach Frankfurt, die Anti-Money-Laundering-Agency, also die Anti-Geldwäsche-Behörde, das hat Herr Lindner hingekriegt. Aber in seiner FEU, Financial Intelligence Unit, sie kriegen gar nichts gebacken, Leute. Sie kriegen überhaupt nichts gebacken. Sie lassen sich ausrauben oder beziehungsweise sie verschenken Steuergeld in alle Welt. Sie verschenken es auch an Kriminelle. Und sie schauen nicht so genau hin, wenn man es irgendwo wieder eintreiben kann. Bestes Stichwort Cum-Ex und die Klage der ehemaligen Generalstaatsanwältin aus Köln, Frau Prohelger, verklagt jetzt das Bundesfinanzministerium. Das wird noch eine richtig lustige Story, Leute. Mache ich aber mal ein extra Video dazu. Abonniere meinen Kanal, hinterlasse einen Kommentar, drück den Daumen hoch, drück auch die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt. Ansonsten, ich habe noch X und Telegram, vor allem für die unzensierten Bilder. Du kannst ja mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich Tschau, bis bald.